Was ist die ultimative Benutzungsschnittstelle? In diesem Block betrachten wir die Herausforderung, die wir haben, wenn wir Benutzungsschnittstellen bauen, wie Benutzungsschnittstellen mit dem zusammenhängen, was Menschen mit Computern tun können, wir werden kurz das Konzept der Bandbreite zwischen Mensch und System und zwischen System und Mensch ansprechen und dann noch betrachten, welche grundlegenden Ein- und Ausgabeoperationen gibt es, die wir unterstützen. Was ist das ultimative User Interface? Was ist die Benutzungsschnittstelle, die alles in den Schatten stellen würde? Manchmal wird gesagt, ich möchte ein Interface, das einfach macht, was ich denke. Wenn man da ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ist es gar nicht so einfach. Es gibt Forschungsvorhaben in diese Richtung. Die Idee, das, was in meinem Kopf ist, soll direkt ins System, ohne den Umweg über meine Finger, über meine Sprache. Und es gab in den 70er, 80er Jahren Ideen, 1984 hat Atari was gebaut, was sie Neuralink nannten, aber das war eher so eine Messung der Muskeln im Kopfbereich. Brain-Computer Interfaces, also Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer, sind auch aktuell wieder in. Trotzdem ist es für die meisten Anwendungen noch sehr, sehr weit weg, dass wir mit dem Gehirn die steuern können. Aktuell sind die Bandbreiten sehr, sehr nieder, die in diesen Schnittstellen erreicht werden. Und deshalb betrachten wir eher traditionelle Schnittstellen hier. Wenn wir jetzt überlegen, warum ist es so wichtig, dass wir eine Benutzungsschnittstelle haben, die wir verstehen, mit der wir was tun können. Die meisten Menschen haben Ideen im Kopf, was sie tun möchten. Und manchmal fehlt das Werkzeug, um das zu tun, was man tun möchte. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Skulptur im Kopf und möchten die machen. Welche Werkzeuge haben Sie in der physikalischen Welt? Also können Sie es mit Ton formen? Und in der digitalen Welt, welche Werkzeuge haben Sie da? Und wir können da jetzt eine ganze Liste von Sachen. Sie wissen, da gibt es ein Dokument. Wie finde ich das? Und ob Sie das am Ende finden oder nicht? Die Benutzungsschnittstelle spielt eine sehr große Rolle darin. Sie haben eine Idee für eine Geschichte. Sie möchten ein Buch machen, möchten einen Film machen. Auch hier ist es so, dass die Benutzungsschnittstelle, entweder das Textverarbeitungssystem, die Kameras, der Filmschnitt. Das sind Benutzungsschnittstellen, die Sie entweder in die Lage versetzen, dass Sie Ihre Idee umsetzen können, oder Sie können Ihre Idee eben nicht umsetzen, weil Sie nicht in der Lage sind, das System zu bedienen. Ich habe hier nochmal zwei Sachen aufgezeigt. Das eine, Sie haben eine Idee, wie Ihre Traumküche aussehen soll. Ja, wie designen Sie die? Wie kommunizieren Sie, wie diese Traumküche aussehen soll? Und hier ist ein Beispiel von dem Ikea-Programm, mit dem man das tun kann. Da kann man Sachen rein- und rausschieben. Und das ist dafür gemacht, dass es eben eine sehr, sehr niedere Hürde hat, um damit umzugehen. Wir können natürlich immer argumentieren, wer programmieren kann, kann eigentlich nahezu alles machen, was technisch möglich ist. Und mit dem Design der Benutzungsschnittstellen bewegen wir uns dazwischen, zwischen Sachen, die offensichtlich ganz einfach sind, häufig aber nicht alles zulassen, was man gerne machen möchte, die nicht ausdrucksstark genug sind, um Ideen umzusetzen. Und auf der anderen Seite eine Programmierschnittstelle, mit der ich natürlich alles ausdrücken kann, die aber Training, wo man viel lernen muss, um die nutzen zu können, und wo eben eine Idee umzusetzen, sehr, sehr lange dauern kann. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, wenn Sie zurückschauen, was in den letzten 30, 40 Jahren Benutzungsschnittstellen geschafft haben, dass Menschen ohne Ausbildung eigentlich ein ganz nett aussehendes Textdokument erstellen können, was früher jemand gemacht hat, der Buchdruck gemacht hat. Wenn Sie auf Instagram schauen, die meisten können, oder eine große Menge an Menschen, kann sehr gute Fotos machen. Aber eigentlich ist es sozusagen das User Interface, die Software dahinter, die den Menschen hilft, gute Fotos zu machen. Filme und wir sehen es auch, Programmieren ist viel einfacher geworden mit Benutzungsschnittstellen, die zum Beispiel Sachen vervollständigen, die uns schon zeigen, was die Parameter sind. Und ganz wichtig zu verstehen, die Benutzungsschnittstelle bedingt ganz direkt, was Leute tun können und was Leute nicht tun können. Wenn wir jetzt über die Benutzungsschnittstelle nachdenken, was ist der Lösungsraum, in dem wir uns bewegen? Der Lösungsraum ist relativ einfach, Hardware, Software und System. Das heißt, wir haben einen Computer oder ein System, das einen Computer beinhaltet und wir haben eine Eingabe vom Benutzer hin zum Computer und wir haben eine Ausgabe vom Computer hin zum Benutzer und meistens sind nicht getrennt, sondern wie zum Beispiel auf dem Touchscreen, da ist Ausgabe und Eingabe sehr eng beieinander. Da ist Ausgabe und Eingabe sehr eng zusammen. Und dann ist eben die Frage, kann ich direkt interagieren in Echtzeit oder ist meine Interaktion nicht in Echtzeit, zum Beispiel ein Batch-System, das heißt, ich tue irgendwas und kriege irgendwann ein Ergebnis. Das sind die Fragen, die wir uns stellen, wenn wir generell den Lösungsraum anschauen. Bevor wir jetzt da ins Detail gehen, will ich noch das Stichwort Bandbreite ansprechen. Bandbreite, häufig in Bits pro Sekunde angegeben, das heißt, wie viel Information kann ich als Mensch dem System geben oder auch dem anderen Menschen und wie viel Bandbreite kann ich als Mensch von einem anderen Menschen oder von einem System empfangen. Hier sehen wir ein Bild, was ganz nett ist, wo aufgezeigt ist, dass die Bandbreite unserer Sprachkommunikation wohl sehr unabhängig von der Sprache ca. 39 Bit pro Sekunde ist. Wenn wir schreiben, dann, wenn wir schnell schreiben, haben wir ungefähr 200 Characters pro Minute, also 200 Zeichen pro Minute. Das sind ungefähr drei Buchstaben pro Sekunde und das sind weniger als 24 Bit pro Sekunde. Jetzt können wir überlegen, beim Zeigen, das kommt bei Modellen, wie viel Bandbreite haben wir, mit wie viel Bandbreite können wir denken. Das sind offene Fragen. Auf der Eingabeseite können wir jetzt überlegen, ich kann mit den Augen sehen und wenn man dann so überlegt, wir haben so eine Auflösung von mehreren Megapixeln und das heißt, wir können so theoretisch der Größenordnung 6 Megabit pro Sekunde aufnehmen, aber wir sehen natürlich nicht alles oder wir nehmen nicht alles wahr, was wir sehen und ja, es gibt das Argument, dass man vielleicht nur 100 Bit pro Sekunde wirklich wahrnimmt. Wenn wir zuhören, haben wir ähnliche Werte, auch nicht der technische Durchsatz spielt eine Rolle, sondern das, was wir wirklich aufnehmen können und wenn Leute über Bandbreite sprechen, ist es sehr schwierig, wirklich einen Wert dafür anzugeben, wenn wir uns zum Beispiel einen Fernseher anschauen mit 4K, der hat natürlich theoretisch 20 Gigabit pro Sekunde, aber wir nehmen natürlich nicht jeden Pixel in jeder Farbe wahr. Wir haben eher so eine langsamere Bandbreite, auch wenn wir lesen, fünf Wörter pro Sekunde. Was aber interessant ist, wir brauchen eine relativ hohe Qualität, zum Beispiel bei der Darstellung, weil wir recht einfach feststellen, wenn was nicht stimmt, also wenn was flackert, wenn die Auflösungsränder Farbverzug haben oder sowas, das sehen wir und das heißt, wir nehmen es wahr, obwohl es ja nicht in der Grundfunktion des Informationswahrnehmens ist und wenn wir jetzt ein gutes User Interface, eine gute Benutzungsschnittstelle bauen wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir eben die Bandbreite, die der Mensch aufnimmt, so weit nutzen, dass es eben eine angenehme Erfahrung ist, was wir sehen und gleichzeitig, dass wir eben die Information übertragen bekommen, die wir übertragen wollen und ähnlich in die andere Richtung, dass wir den Menschen nicht bremsen in seinem Denken, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Geschichte haben, ich habe die im Kopf, ich möchte ihn möglichst schnell in den Computer bringen, da soll mich das Interface nicht bremsen. Insgesamt können wir aber auch feststellen, dass häufig nicht unsere Ein- und Ausgabebandbreite der limitierende Faktor ist, sondern dass unsere Wahrnehmung, unser Gehirn sowohl auf der Aus- wie Eingabeseite ein Faktor ist, den wir unbedingt betrachten müssen, weil der sehr häufig das Limit darstellt. Jetzt möchte ich eine kleine Aufgabe machen. Wir wollen in einer Dimension eine Eingabe haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben Bilder von einem Regenwald, Sie möchten die Kindern im Alter von 4 bis 8 zeigen und Sie haben eben ein Bild, das 1000 Pixel breit ist, so ein Baum und dann haben Sie vom Boden bis oben in den Himmel, also wo Sie dann über dem Baum sind und die 12.000 Pixel, die repräsentieren die 24 Meter Höhe. Und jetzt ist die Idee, Sie haben dieses eine Bild, das passt in der Breite, kann man es anschauen und in der Höhe wollen wir scrollen. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit haben, ich möchte mir anschauen, was auf dem Boden im Urwald ist, ich möchte mir anschauen, was auf 10 Meter Höhe im Urwald ist, ich möchte mir anschauen, was ganz oben im Urwald ist. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Randbedingungen, das soll funktionieren für Kinder ab 4, die sollen nicht Computerkenntnisse benötigen, es soll Spaß machen. Denken Sie kurz fünf Minuten darüber nach, machen Sie eine Skizze für eine Benutzungsschnittstelle, die Sie zum Beispiel in einem Museum für so ein Exponat bauen könnten. Ich habe jetzt hier ein Beispiel aus dem Paper von 2003. Die haben so etwas gebaut und was die gemacht haben, die haben eine Art Korb, in den kann man sich reinstellen, dann steht man vor einer Projektion und die eine Dimension kann man mit einem Seil dann manipulieren. Das heißt, ich kann an dem Seil ziehen und es zieht virtuell meinen Korb nach oben, in dem ich bin und das heißt, ich komme höher in der Waldschicht, ich sehe andere Dinge. Wenn ich das Seil in die andere Richtung lasse, gehe ich weiter runter. Implementiert haben die das ganz spannend, wie man auch hier sieht auf dem Bild, die haben eine Maus genommen und über das Mausrad läuft ein Seil. Also das heißt, sie haben das Scrollen, was wir an der Maus machen könnten mit so einem Bild, in ein anderes User Interface verpackt, in ein Seil und damit erzeugen sie die Illusion, ich bin in einem Korb und ziehe mich im Regenwald rauf und runter und damit ist es natürlich viel spannender für Kinder, wie wenn ich jetzt mich an einen Tisch hinsetze vor einen Computer und dann mit dem Mausrad auf- und abschiebe und mich sozusagen dann in dem Wald bewege. Und da sehen wir, dass die Benutzungsschnittstelle, wie wir die physikalisch gestalten, natürlich einen Einfluss drauf hat, wie einfach es zu benutzen ist, wie viel Spaß das macht zu benutzen, ob man es zu zweit benutzen kann. Und so ein Seil kann man auch zu zweit, kann sich sogar darum streiten, Sachen, die alle mit einer Maus sehr viel schwieriger sind. Wenn wir jetzt weiter überlegen, welchen Design Space haben wir denn, um Benutzungsschnittstellen zu implementieren. Und da müssen wir unterscheiden, für Standardanwendungen, die sie im Bürobereich, im Entertainment-Bereich finden, ist es häufig so, dass unser Design Space lediglich in der Software liegt. Das heißt, wir gehen davon aus, Leute haben bestimmte Geräte, mobile Geräte, Desktops, Fernseher, und wir bauen auf diesen Geräten auf. Und unser ganzes Interface ist in der Software. Und für diesen Fall ist es dann so, dass wir typischerweise eine Empfehlung machen, welche Anforderungen wir glauben, dem gerecht werden. Das heißt, wir machen eine Software und sagen, der Bildschirm sollte mindestens Full HD sein, damit man das eben gut bedienen kann. Das heißt, wir bauen Software und geben eine Empfehlung ab, auf welchem System das Leute benutzen sollen. Was dann die Leute bei der Benutzung machen, kann durchaus unterschiedlich sein. Für Installationen in einem Museum, für eingebettete Systeme, auch das Beispiel, was wir ja vorhin gesehen haben, mit dem Seil, da können wir uns Gedanken machen, wie wir sowohl die Software und die Hardware bauen. Das hat man für Ausstellungen, für Messen, für Museen und so weiter. Und da geht es ganz häufig darum, dass man eine einzigartige Erfahrung, eine einzigartige User Experience machen möchte. Und da ist es manchmal einfacher, eben über die klassisch vorhandene Hardware rauszugehen und eine spezifische Hardware zu verwenden, um eben eine neue Art von User Experience zu erzeugen. Wenn wir jetzt den Design Space von der Operationsseite her anschauen, welche Operationen wollen wir durchführen? Und ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, was so die gängigen sind. Wir haben Texteingabe. Das ist insbesondere im Arbeitsalltag eine der wesentlichen Operationen, die Leute machen, also schreiben oder diktieren oder auch einscannen, abfotografieren. Dann haben wir das Zeigen und Selektieren, also das Interagieren typischerweise mit der Maus oder mit dem Touchscreen, wo wir eben bestimmte Sachen auswählen. dann an vielen Geräten sind Knöpfe dran. Wir haben eine Tastatur. In Industrieanwendungen haben wir fest verbaute Controls, also ob das dann Drehschalter sind und die sind natürlich dann auf irgendwelche Funktionen gemerkt. Und als den letzten Punkt bei den Eingaben haben wir den ganzen Bereich der Medien. Das heißt, wir nehmen Medien auf, das heißt, wir nehmen Audio auf, wir nehmen Video auf, wir machen Fotos und die vier Bereiche, ganz häufig setzen sich Anwendungen aus den Bereichen zusammen. Ganz häufig haben wir eben eine Kombination aus Texteingabe und Pointing und Selektion, also zeigen und selektieren. Manchmal kommt dann eben noch Medienerfassung dazu, zum Beispiel wir machen ein Bild, das dann damit reinkommt und je nach Gerät haben wir dann teilweise auch noch spezifische Buttons, die wir dann auf zum Beispiel bestimmte Funktionen legen können. Wir können die dann kombinieren zu komplexen Eingabeoperationen, zum Beispiel wenn ich ein Formular ausfülle, dann ist da Zeigen, Selektion, Texteingabe drin. Wenn wie hier gezeigten ein Foto annotiert wird, dann habe ich da Texteingabe, auch wieder, dass ich an eine bestimmte Stelle gehe, dass ich vorher ein Bild aufnehmen muss. Auch das Bewegen von einer Gruppe von Dateien ist so, ich wähle die aus und mache dann eine Operation, wo ich die verschiebe. Und so typische komplexe Operationen, die wir aus dem Zeigen und Klicken und Zeigen und Klicken und Texteingabe zusammenbauen können, sind so etwas wie Selektion von Objekten, Gruppieren von Objekten, Bewegen von Objekten oder auch die Navigation innerhalb einer Anwendung. Wenn wir jetzt die Ausgabeseite betrachten, dann machen wir das sehr häufig entlang der Sinneskanäle. Das heißt, wir haben visuelle Ausgabe, das heißt, wir zeigen Texte, Bilder, Grafiken oder das Ganze auch animiert, also animierten Text, animierte Grafiken, Videos und die Ausgabe klassisch ganz klar auf Papier, der Drucker, auf Displays und in den letzten Jahren auch stärker mit physikalischen Objekten, also das wäre dann das Thema 3D-Druck. Audioausgabe, da haben wir am einfachen Ende, also sehr kurze Sachen, die uns auf etwas hinweisen, Hinweistöne, Earcons, Auditory Icons, dann haben wir synthetisierte Sounds, auch gesprochene Sprache, auch wieder entweder natürlich oder synthetisiert, Musik und zur Ausgabe ist es da sehr häufig, dass wir Lautsprecher haben, aber natürlich auch inzwischen räumliche Ausgabe von Audio. Wenn wir jetzt die weiteren Sinne anschauen, da wird schon ja weniger, was wir im Alltag sehen, wenn wir mit Computern interagieren, taktile Ausgaben wird gemacht durch Veränderung von Formen, das Stichwort Shape-Changing Interfaces, durch die Ausgabe von Kräften, dass sich irgendwas verändert und ganz einfach heute sehr viel mit Vibrationen, was im Prinzip, ja, es ist eben so eine Art, eine Ausgabe zu geben, wo sich eben was bewegt, aber in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, hat auch nicht viel Bandbreite, was ich damit kommunizieren kann. Und was dann eben weiter rausgeht, man kann natürlich Gerüche ausgeben, es gibt Forschungs- Prostotypen, die zeigen, dass man auch Geschmack ausgeben kann, Temperatur. Aber wenn wir heute Systeme anschauen, dann sind die ganz stark im audiovisuellen Bereich. Hier habe ich zum Abschluss noch einige Fragen. Schauen Sie die durch, ob Sie die beantworten können, dann haben Sie verstanden, über was wir hier gesprochen haben. Einige Referenzen zu dem Thema und damit bin ich auch schon am Ende. Hier noch unsere Lizenz. Vielen Dank fürs Zuschauen.